Ein Blutdruckmessgerät? Ja, sehr schön. Ich denke, das wird nur ein Karton. Helga! Oh, ohne Kondome! Hast du das hier? Ja, das habe ich. Was ist bei dir? Das ist der Guck zum Essen. Nur lache mal! Mann, nein! Und was ist bei dir? Das ist ein Blutdruckmessgerät. Uuuuh! Du hast jetzt schon ein Blutdruckmessgerät. Weitergehen, weitergehen! Oh, hier Schatz, nimm das! Also, in einer halben Stunde ist das Glas leider leer. Da war vorhin mal Schokolade drin. Ich weiß nicht, dass du das Glas steckst. Aber die Lichter. Schieben! 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 Wie viel? Schieben! Schieben! Weiter! 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 Oh, das ist gut! Dann krieg ich gleich Schokolade! Er guckt doch mal böse! Der guckt doch mal böse! Er ist so eingemummelt, was? Ja, trotzdem guckt der böse! Das reicht! Os Mike hat einen Bösel. Tauschen! Nee, ich weiß nicht.